So Wir gucken wir als erstes Abstürzt von uns Wahrscheinlich wieder ich Weil ich wieder gegen den Flügel verliere ohne Grund Wird echt nett, dass ich in den Timer Motor einbaue Wo seid ihr denn? Ich 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 war zu weit Ah, weiter Ah, okay Nimmst du die linke Reihe, ich die rechte Reihe, Tina Ich Na, ja, okay Geht los Also ich nehme den rechten hinteren P17 Äh, du die linken Okay, jetzt haben die die Plätze getauscht Abschusshilfe 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 Alter, das war jetzt mal geil Wieso so ein Mensch wird? Jagst du den einen Weapon, der was dich da absondert Nö, ich bleib hier Habt ihr keine geholt? Nö, ich hab nur zwei angehittet Nö, ich hab nur assist bekommen und ein paar So, einen habe ich Einen habe ich auch Abschusshilfe Abschusshilfe Ich bin leer Die fliegen langsam wieder zurück Ja, ich flieg auch zurück Ich hab nur noch MG Hab auch einen Ich bin schon rot geschossen Ich bin schon rot geschossen Echt, ich hab nur nicht mal ein Schadensmodell Why? So Alter, wie geil es einfach aussieht Ja, mein Flügel ist Wieder drei gehittet Ich muss weg jetzt hier Mein Flügel ist total am Arsch Ich meine auch Fliegen wir zusammen Ich hab noch ein bisschen Munition Wie schaut es mit dir aus, TNH? Ich hab auch noch ein bisschen, ne? Ja, ich mach jetzt noch einen Anflug Jetzt kommt die andere Warte mal, ich hab noch MGs MGs hab ich noch halb voll Und Kann man auch checkern Ich hab sie alle nur angehittet Zwei Abschusshilfen hab ich gekriegt Ich hab zwei Abschusshilfen und einen Abschuss bekommen Aber jetzt hab ich nur MGs Ich hab noch ein Schuss Mit einem G Oh fuck Ich renn 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 Ja, so ein Flügel wie schwarz ich drehe auch ab Scheiße Da war nicht zu viel Da war nicht zu viel Naja, wenn man schon beschädigt ist In der Flügel schon rot ist es drehe ich Meiner ist dunkel rot Aber ich wurde gerade das rot zum ersten Mal Und dann direkt nachgebrannt Oh, wie schön so abschließt Ich hab zwei erledigt und drei Abflusshilfe Ich bin jetzt auch auf Rückweg Aber das war geil Das war ein paar Fallschirmen in der Luft Ich glaub wir haben fast alle geholt, oder? Dünftstück Ja, fünf Aber die packen wahrscheinlich nicht lang Der eine hat einen Motorschaden Die anderen beiden haben so Löchel in den Flügel gehabt Wir sind nicht mehr